Musik Ja, also, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Gunther Böhner, ich bin im BMW Berg Regensburg, der Leiter der Karosserie-Montage. Ich will Ihnen ein bisschen was erzählen, was wir derzeit für Erfahrungen machen auf dem Weg der Einführung der Katar. Wir sind noch nicht lange unterwegs, ich sage es gleich dazu, so ungefähr seit Spätsommer, Anfang Herbst haben wir begonnen mit dem Thema und was haben wir bisher für Erfahrungen gemacht. Wenn man sich mal unser Produktionsnetzwerk anschaut, wo wir weltweit unterwegs sind, reden wir erstmal hier über diesen relativ kleinen Ausschnitt des BMW-Werks in Regensburg. Wir bauen dort in Regensburg die Luftaufnahme, ungefähr 1000 Autos am Tag, alle 60 Sekunden fällt dort ein Auto vom Band und wir reden jetzt in dem Zusammenhang noch nicht über das ganze Werk, sondern wir reden jetzt erst über die Montage, also über diese Halle, wo von der lackierten Karosserie bis zum fertigen Fahrzeug die Autos dann vom Band laufen. Das Besondere bei uns in Regensburg und die Herausforderung, die wir haben, das ist ein Ein-Linien-System und wir haben neun verschiedene Modelle mit einer enormen, wir sagen Planzeitspreizung, Fertigungszeitspreizung. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch eine Herausforderung zu erfüllen, das heißt, wir wollen in den nächsten Jahren die Produktivität dieses Werkes, dieser Montage enorm steigern. Der Herausforderung unterliegen wir alle. Wir messen das mit der sogenannten Fertigungszeit pro gebautem Fahrzeug und da kann man auch sehr schön einen Zielzustand formulieren. Wo bin ich jetzt, wo will ich hin? Die Hindernisse, die wir vorgefunden haben in der Vergangenheit, das war das unzureichende Shopfloor-Management und es war auch die unzureichende Lean-Kompetenz in der Fläche. Wir haben immer wieder auf externe Berater zurückgegriffen, interne Lean-Berater dazugeholt und sind da in Workshops durch die Linien und so weiter durch. Wir haben uns mal überlegt, wie können wir das besser machen, wie können wir mehr in die Fläche kommen. Also haben wir als ersten Schritt, wie vielleicht jede Firma, in den letzten Jahren immer wieder Lean-Berater zum Einsatz gebracht. Wir haben gesagt, wir teilen die ganze Montage in verschiedene Bereiche auf und gehen dort Schritt für Schritt mit Workshops durch und wir implementieren gleichzeitig eine Arbeitsorganisation, sprich wir verkleinern die Führungsspannen der sogenannten Vorarbeiter auf ca. 8 bis 12 Mitarbeiter, die Betreuungsspannen und die sollen dann die Ergebnisse mit beeinflussen und nachhalten. Das war so die Hypothese. Der Lean-Berater kommt, der wird im Prinzip der Workshop durchgeführt, mit den Leuten vom Band, auch mit dem Vorarbeiter. Der Vorarbeiter setzt dann um und hält die Ergebnisse nach und treibt dann den Verbesserungsprozess weiter. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, das Ergebnis war, man kriegt eigentlich nicht so richtig die Nachhaltigkeit hin. Man braucht immer wieder diese neuen, diese Teams, die wieder vorbeikommen, wieder vorbeikommen, wieder vorbeikommen. Also war die Frage, wie kriegen wir jetzt weiter, wie kriegen wir es wirklich hin, dass wir am Shopfloor wirklich auch diese ständige Verbesserung tagtäglich im Kleinen weiter treiben können, ohne dass jedes Mal Teams vorbeikommen müssen und Workshops machen müssen. Deswegen sind wir hergegangen und haben gesagt, gibt es da irgendwas, was uns weiterbringt? Und dann sind wir auf diese Katalogie gestoßen, nach mehrfacher Diskussion und haben uns mal den Herrn Aulinger eingeladen und haben einfach mal diskutiert, wie könnte das funktionieren. Wir haben dann aber auch erstmal gesagt, nach den ersten Gesprächen, die sich sehr vielsprechend anhörten, das wäre ein Weg für uns. Wir haben aber dann nicht gesagt, wir kaufen jetzt wieder von extern jemand ein und machen dort große Schulungsorgien und schulen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wir haben gesagt, wir fangen erstmal anders an. Wir haben ein kleines Team zusammengestellt, als nächsten Schritt, wir haben drei Mitglieder des Managements, ich war auch dabei und haben bei einer Schulung beim Herrn Aulinger mal mitgemacht. Einfach mal, um zu erfahren, was ist der neue Weg. Wir haben sehr viel gelernt in dieser Schulung und haben gemerkt, ja, das ist eine Möglichkeit, unsere Arbeitsorganisation zu befähigen, allerdings eben nicht wie sonst oft, wie gesagt, schule alle, trainiere alle und dann rolle aus, sondern wir müssen erstmal mit uns selber anfangen. Aus diesem Grund haben wir gesagt, bevor wir die eigentlichen Coaches, die Meister, die dann die Vorarbeiter coachen sollen, bevor wir die schulen, müssen wir erstmal im Management fit werden. Wir müssen uns im Management erstmal klar werden, was ist das überhaupt, dieser neue Weg der Verbesserung und zum anderen natürlich müssen wir selber die Coaching-Fähigkeit erlangen. Wie will ich der Coach-Coach eines Meisters sein, als Gruppenleiter beispielsweise, oder der Coach-Coach eines Gruppenleiters, als Abteilungsleiter, wenn ich selbst die Coaching-Erfahrung nicht gemacht habe. Deswegen haben wir jetzt erstmal, und das ist im Spätsommer passiert, deswegen sage ich, im Spätsommer haben wir eigentlich begonnen mit dem Thema, das komplette Management des Werkes der Montage geschult. mit einem Cutter-Drehen. Das war eigentlich der durchdringendste Schritt. Die Erfahrung, die wir da gemacht haben, war sehr unterschiedlich. Natürlich ist nicht jeder sofort begeistert und sagt, jawohl, das ist es. Aber wir sind auch nicht auf die, das war schon eine sehr eindringliche Erfahrung, wir sind auch nicht auf die sonst üblichen Widerstände gestoßen, die man bei Lean-Ansätzen sonst so macht im Unternehmen. Da hat man ja dann immer wieder welche, die drin sind, dieser neumodische Schmarrn und Brack, die Offenheit war eigentlich bei jedem zu spüren. Es war aber auch die Angst zu spüren, hoppla, das ist ja ein ganz neuer Weg im Unternehmen. Aus dem Grund bin ich dann selber mal hergegangen, als nächsten Schritt, dann habe ich gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich gehe jetzt her und probiere es einfach aus. Ich will jetzt wissen, ob das wirklich funktioniert. Abseits eines Coachings, eines Trainings, ich will jetzt mal wissen, ob das funktioniert. Ich bin dann in meinem Bereich, ich habe so ungefähr 1600 Mitarbeiter, ich bin dann in einen Bereich gegangen, in eine kleine Vormontage, die etwas abseits des Hauptbandes positioniert ist und habe mir dort einen Vorarbeiter mal geschnappt und habe einfach mal über mehrere Iterationsschleifen versucht, einen solchen Prozess zu coachen. Das war natürlich eine völlig neue Erfahrung, auch für die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben dort einen Zielzustand definiert, wir halbieren den Aufwand bis zum Herbst, das war so das, was wir uns vorgenommen haben. Die haben erstmal alle geglaubt, das geht nie, das wird nicht funktionieren. Das ist unmöglich. Und auch dieser direkte Durchgriff auf den Vorarbeiter, das war was ganz Neues für die. Die waren ja gewohnt, da kommt das Management, gibt ein Ziel in Saalen vor und kommt dann, wie wir es vorhin gehört haben, alle zwei, drei Wochen mal vorbei und lässt sich präsentieren, wo die denn stehen. Aber dieser neue Weg, dass da jemand täglich zehn Minuten vorbeikommt, keine Ahnung hat, was in dem Tag vorher passiert ist, was der Vorarbeiter für Fortschritte gemacht hat und sich dann eigentlich abholen lässt, was hast du gemacht, wie weit bist du gekommen, was hast du gelernt. Das war völlig neu. Und diese anfängliche Skepsis dieses Vorarbeiters, der gedacht hat, naja, also jetzt waren sie wieder auf einer Schulung und jetzt werden sie wieder was ausprobieren. Diese anfängliche Skepsis ist sehr schnell einer wahnsinnigen Begeisterung gewichen. Wir haben jetzt das Thema umgesetzt, wir haben den Aufwand, also der Vorarbeiter mit seinen Mitarbeitern in dieser Vormontage hat tatsächlich den Aufwand halbiert. Die Fläche ist auf ein Drittel zusammengeschrumpft, ohne irgendeinen Lean-Coach dabei. Einfach nur im täglichen Frage- und Antwortspiel hat er sich dazu selber befähigt, das so hinzukriegen. Es kam automatisch die klassische U-Form dabei heraus. Automatisch. Der hat vorher noch nie was von der U-Form gehört, von der U-Zelle. Die kam dabei raus. Was ich aber auch gemerkt habe, und das war auch eine ganz große Erfahrung für mich als Coach, die wir natürlich jetzt in die weitere Rollout bringen, es ist hilfreich, wenn ich als Coach eine gewisse Lean-Affinität und Lean-Kompetenz mitbringe, weil ich dann schon weiß, ob diese Leitplanken, die wir uns da setzen, ob die weit genug oder ob die zu eng sind. Aber es ist auch eine große Gefahr. Sie werden sehr schnell ungeduldig. Sie fangen sehr schnell an, Suggestivfragen zu stellen in diesem Coaching, ob Sie wollen oder nicht. Weil Sie denken, Sie haben ja schon die U-Zelle als Lösung im Kopf, als in meiner vorhergehenden Zeit, bevor ich in Regensburg die Karosserie-Montage übernommen habe, auch so eine Art Lean-Berater innerhalb von BMW. Und deswegen hat man natürlich da gewisse Kenntnisse von den Themen. Sie fangen sofort an, Eigenlösungen im Kopf zu erarbeiten. Sie fragen sofort, warum kommt der noch nicht drauf? Wieso braucht der da so lange? Wieso sieht der das nicht? Und die große Gefahr ist, wir brauchen Sie einen guten Coach-Coach. Wir haben dann wirklich auch aus der Schulung raus Gruppenleiter mitgenommen, die wie mein Coach-Coach waren, die dann gesagt haben, Stopp, keine Suggestivfragen. Du fällst schon wieder in die alte Rolle zurück. Du fängst schon wieder an, nicht der Coach zu sein, sondern der Lean-Berater. Und das ist eine ganz große Erfahrung gewesen, die wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, okay, jetzt bitte nicht sofort so schnell auf die Meister ausrollen und sofort alle Meister schulen und dann fangen die an zu coachen, sondern lass uns im Management die Zeit nehmen, dass wir uns selber erstmal coachen und wirklich erstmal zu richtigen, ja, kata-affinen Coaches werden, bevor wir auf die anderen losgehen, weil sonst wird das nichts, sonst geht der Schuss in den Ofen. Ja, was war deswegen der nächste Schritt? Vielleicht noch ganz kurz zurück, die Motivation von dem Mitarbeiter ist mittlerweile so groß, der sucht sich schon wieder neue Aktivitäten in seinem Umfeld. Der geht jetzt die ganze Logistikzone an und möchte die auch verbessern und er möchte im Prinzip weitergecoacht werden. Weil er hat da so viel Selbstvertrauen jetzt gewonnen, das hat ihm sichtlich Spaß gemacht. Und auch der ganzen Mannschaft, die dabei war. Deswegen haben wir gesagt, wie gesagt, jetzt nicht sofort Rollout auf die Meister, sondern der nächste Schritt war jetzt, wir müssen Lerngruppen auf der Management-Ebene bilden. Wir müssen Lerngruppen bilden in diesem Zusammenhang, wo einer mal der Mitarbeiter ist, einer ist der Mentee, einer ist der Coach, einer ist der Coach-Coach. Und diese Rollen wechseln in diesen Viererteams ständig durch. Wir haben gesagt, wir wollen uns täglich treffen. Wir haben da feste Termine, im Termin waren geblockt wirklich. Wir haben im Rahmen der Vor-Ort-Zeit, haben wir gesagt, wo wir sowieso jeden Vormittag zwischen 9 und 11 Uhr sind in diesem Management sowieso in keiner Besprechung, sondern komplett am Band vor Ort. Und da haben wir gesagt, dann nehmen wir uns eine halbe Stunde und jeder kriegt ein kleines Projekt, wo er einmal Mitarbeiter ist, am anderen ist er dann Mentee, am anderen ist er Coach, am anderen Coach-Coach und die Rollen tauschen durch. Und wir coachen uns so da gegenseitig. Das Thema an sich war völlig egal. Es ging nur wirklich diese Frageroutine, diese 5-Schritte-Frageroutine einzuüben. Das war eigentlich das Ziel des Ganzen. Das läuft auch derzeit. Das Problem, das wir mit dem Zusammenhang in dem Zusammenhang jetzt haben, ist ja dennoch das typische Management-Problem. Sie kriegen diese Lerngruppen nicht jeden Tag zusammen. Da ist dann doch mal ein Mitarbeiter, der auf einem Workshop ist, da ist dann noch mal einer aus der Lerngruppe, der muss nur so einen Resturlaub abbauen. Dann ist einer in der Lerngruppe, der ist in einem anderen Werk unterwegs, der muss sich um die Produktentstehung mitkümmern. Also sie tun sich relativ schwer, auf Management-Ebene diese täglichen Coachings wirklich so durchzuziehen, damit auch ein Übungseffekt dabei rauskommt. Deswegen sind wir jetzt dabei, im nächsten Schritt so eine Art Trainingstag zu generieren, wo wir uns wirklich mal einen halben Tag, einen Tag mal nur mal wirklich wegsperren und mit ganz kleinen Routinen, so wie Sie es gestern, ich habe es gestern gehört, so wie Sie es gestern gemacht haben, ähnlich mit kleinen, fast schon spielen, wo das Ergebnis und die Verbesserung an sich gar nicht mal so das Wichtige ist, sondern wo Sie einfach nur die Rollen sehr schnell wechseln können und sehr schnell in diese Coaching-Routinen reinkommen. Das wird der nächste Schritt sein, das wir ausprobieren, einfach um sicher zu sein, dass wir immer besser werden. Der nächste Schritt wird dann sein, das haben wir uns jetzt vorgenommen, ungefähr bis Weihnachten, wir wollen bis Weihnachten so weit nochmal kommen, dass das Management wirklich fit ist in den Themen und wollen dann so ab nächstes Jahr, Januar, Februar, wirklich auf die Meister das Thema ausrollen, das heißt dann erst auf die Meister-Ebene gehen und die Meister mit ins Boot holen, die ja die eigentlichen Coaches werden sollen für die Vorarbeiter. Das Ziel des Ganzen ist es wirklich, dass wir im Unternehmen, beginnen jetzt erstmal in der Montage in Regensburg und an anderen Standorten, dass wir im Unternehmen wegkommen von dieser Haltung, wir arbeiten jeden Tag vor uns hin, dann kommt eine Lientruppe, die verbessert dann was mit den Mitarbeitern, stellt dann auch was um und die geht dann wieder und wir arbeiten weiter und sind froh, wenn der Zustand nicht zurückfällt. Da wollen wir weg, wir wollen hin dazu, dass die Vorarbeiter selbstständig jeden Tag immer wieder kleine Schritte tun, immer wieder dranbleiben, immer wieder aus Eigenantrieb raus die nächsten Schritte der Verbesserung gehen und zwar kontinuierlich mit der Unterstützung ihres Meisters, ihres Coaches, der dann auch wirklich mehrmals am Tag vorbeikommt und wirklich immer weiter coacht, 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 bis wirklich dann bahnbrechende Ergebnisse dabei rauskommen. Das ist das Ziel. Wir haben gelernt, einen schnellen Erfolg gibt es nicht. Also diese Ansätze, die man dann oft sehr gern hört in unserer Return-of-Investment-orientierten Denke, es gibt ein Programm, wir schulen alle, da gibt es einen Terminplan, bis alle geschult sind und dann gibt es vielleicht nochmal hinterher ein Review und ein Coaching und dann gehen wir in die Fläche und dann tun wir das. Das funktioniert bei Cutter nicht. Das funktioniert nicht. Wir haben gelernt, die Einführung von Cutter ist ebenfalls Cutter, also schrittweise. Sie müssen sich wirklich auch aufs Scheitern einlassen. Also Beispiel, Sie müssen lernen, solche Lerngruppen jeden Tag, das funktioniert einfach nicht so, wie Sie sich vornehmen, auch wenn Sie es noch so wollen, Sie lernen daran. Sie müssen aber dann einen Schritt wieder zurückgehen und sagen, was kann ich denn tun, damit es funktioniert. Auch das ist es und vor allen Dingen, wir haben auch gelernt und das ist ein ganz entscheidender Faktor, je kürzer die Zyklen sind, in denen Sie coachen, egal worum es geht, je kürzer die Zyklen sind, desto schneller kommen Sie zum Erfolg. Also auch das ist eine ganz andere Denke, wie in der normalen Managementwelt, Ziel formulieren, Terminplan aufstellen, mit Schritten und irgendwann mal jede Woche Reviews und wie gesagt, sich berichten lassen, das funktioniert bei Cutter nicht, Sie müssen das kürzer tun. Und was die große Herausforderung natürlich der Zukunft sein wird, wenn wir das einführen wollen im Unternehmen und wir haben es uns fest vorgenommen, im ganzen Unternehmen, im ganzen Produktionsressort, bei BMW eigentlich den Schritt zu tun, die große Herausforderung wird sein, wir haben natürlich herausfordernde Ziele für nächstes Jahr, für übernächstes Jahr. Cutter braucht aber Zeit. Das heißt, Sie haben im Moment die Situation, Sie haben, wenn Sie den großen Aufwand haben, die Ziele zu erreichen, haben Sie noch einen sehr großen Ansatz der herkömmlichen Vorgehensweise, den müssen Sie einfach haben, weil sonst wenn Sie die Ziele nicht erreichen, dann ist das ganze Thema durch und Sie müssen das Thema mit dieser neuen Art des Coachings langsam wachsen lassen. Und das wird die große Herausforderung sein für die Zukunft, dass wir im Unternehmen die richtige Geschwindigkeit finden, wie wir dieses neue System einführen. Wenn wir zu schnell sind, wie gesagt, da bin ich fest davon überzeugt, dann wird es nichts, dann wird sich das System totlaufen. Wenn wir zu langsam sind, dann werden uns die herkömmlichen Arbeitsweisen wieder einholen und jeder wird sagen, der schaut her, wir erreichen ja die Ziele auch so, er braucht ja das gar nicht. Und da wird es sehr stark darauf ankommen, dass wir uns einschwören. Ich bin mir sicher, im Werk Regensburg haben wir von der Führungsmannschaft her die wirklich Top-Voraussetzungen, angefangen bei unserem Werkleiter, beim Dr. Wendt, der über den Montageleiter, bis hin zu Milderen und Management und zu den Gruppenleitern, die alle vom gleichen Mindset geprägt sind. Das ist eigentlich, Herr Aulinger, Sie haben es erlebt. Ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, mal schauen, was wir in der nächsten Zeit für weitere Erfahrungen machen und wie es uns dabei geht. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke. Ich denke schon mal, nachdem Sie los müssen. Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.